Willkommen zu einem neuen Video von Detaile, Kanal, naja, ich werde ein kurzes Video der Beantwortung einer Frage stellen, dass die mich verlassen haben, lassen sie uns sehen, jemand, der einen Sitz Altair 1.9 TDI von 105 Pferden hat und bekommt den Fehler P1556, lasst uns hier, dieser Fehler kann auch bei TDI auftreten, bei den meisten. Sprich, Turbola der Ladeburg, naja, er hat das Fahrzeug in mehrere Werkstätten gebracht und sie haben die Magnetventile gewechselt, die N75, die N18 haben sie auch geendet. Es der Kartensensor, der MAF-Sensor, die Unterdruckröhren, ho, sonst hat sich nichts geendet. Sie haben das AGR zweimal gereinigt, der Turbo ist kaum zwei Jahre alt, das Fahrzeug hat 250.000 Kilometer, aber he, diese Motoren halten viel länger und naja, naja, alles ist verifiziert, und sie wissen nicht mehr, was sie da mitmachen sollen, mal sehen, eins ist da, ich sage euch, weil es uns mit diesem Fahrzeug schon mehrmals passiert ist, nach all dem, okay, und bei manchen haben sie es sogar mit dem neuen Turbo zu uns gebracht und sie wussten es nicht mehr, was sonst damit zu tun ist, es gibt eine Sache, die normalerweise In diesem Fahrzeug passiert, die es nicht markiert und nicht markiert, und das sind diese Ausfälle, wissen Sie, wenn es diesen Ausfall hat, liegt das daran, dass das Fahrzeug manchmal eine harte, mal kalt anfahren, mal nur bei heiß, mal im Leerlauf, das heißt es hat, sagen wir mal, mal sogar andere Symptome, aber egal. Wenn wir beschleunigen geht das Fahrzeug in den Schlafmodus, okay, das Fahrzeug schützt sich selbst, schützt den Motor, also deaktiviert es den Turbo, aber es bedeutet nicht, dass das Problem der Turbo ist, okay, aber man muss immer überprüfen, weil es manchmal auch die Schläuche sein können, was man überprüfen muss, ist die Temperatursensor des Motors, was ist der Kühlmitteltemperatursensor, ich sage Ihnen, weil es uns schon ein paar Mal passiert ist und es war so einfach, dieses Teil zu wechseln, aber es wird von den Maschinen nicht angezeigt, okay, bevor Sie mit dem wechseln beginnen Teile, dafür immer schauen und prüfen, na wie ich sage immer, vom billigsten zum teuersten, zuerst prüfen, ob die Hülsen gut sind, die Hülsen, die Vakuumhülsen billig sind, aber zuerst prüfen, ob sie falsch sind, bevor Sie sie wechseln, okay, dann können wir zu anderen Dingen gehen, aber wie ich meine, überprüfe, verliere den Sensor nicht aus den Augen, wie gesagt, der Motortemperatursensor oder Kühlmitteltemperatursensor, denn in vielen Fällen, dieses kurze Video, wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, den Kanal zu